Du musst doch bescheuern Schatz machen. Bibi, wir müssen weiter rein. Ihr müsst gar nicht. Wir haben ein Projekt. Und zwar ist das, ähm... Was hat das mit eurer Gesundheit zu tun? Ja. Es geht darum, wie ihr euch... ...wir sehen alle so gesund aus. Du wirst ja was für tun. Ich bin so aktuell. Ja. Ja, stimmt. Du wirst so viel los. Du wirst so das Paprika pro Tag. Immer mehr, wie zum IC. Aufbauen? Ja. Super. Janik! Darum halb ich dich mit meiner Hose. Auf Hopper Winterfahre. Auf Hopper Winterfahre. Weil dich dünner und so fit. Ja. Cool. Was tust du denn so dagegen, damit du nicht krank wirst und im Bett legst? Ja, das hat sich auch eine Möglichkeit. Trinkst du auch Aktivale? Ja. Ja, trinkst du auch Aktivale. Okay, jetzt kannst du lieber filmen, wie du dich durch Schneerad und trotzdem so bleiben. Wir hoffen, dass ich gleich immer hinfälle und wir lochen können. So zum Beispiel. EGG! Surek. EGG! Gassi G&R G&G 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 G&G